Einen wunderschönen guten Nachmittag. Der Camper Tobi ist wieder mal in der Halle 1. Eine schöne große Halle mit einer tollen Galerie. Ich habe euch ja einige Videos schon gezeigt und jetzt bin ich erstmalig für mich eine Premiere bei Detlef. Herzlich Willkommen, vielen Dank und sowieso. Ein Freund der Familie, wer da spricht, ist der Camper Pascal, der steht links hinter mir. Ihr wisst, wie ich filme. Also wir gehen ins Produkt und nicht um die Menschen mit der Kamera. Also von dem her, gestern war es lustig auf dem Stand vom Mitbewerber. Ich richte einmal die Kamera nach oben schon läuft eine Dame vor der Kamera weg. Aber richtig auffällig. Also es ist ungezwungener und praktischer und einfacher so umzugehen. Es geht ja um die Produkte und nur nebensächlich um die Menschen. Aber die Menschen, die um mich rumstehen, sind da der Fachleute und die zeigen mir ein bisschen was. Du bist auch noch da. Hi Camper Chris. Servus. Du kommst dann wieder? Wir machen mal. Wir gehen mal hin. Schauen wir uns das zuerst an. Was habt ihr für Neuigkeiten? Wir haben dir ganz viele schöne Sachen vorbereitet zum Jahr. Wir haben den neuen Globeline von Detlefs. Und da erzählt dir der Kelvin ganz viel. Schöne Sachen dazu. Servus Camper Kelvin. Ich betone das Kelvin. Ja, genau. Schöner Name. Danke. Gut. Genau, der Globeline ist ganz neu im Produktportfolio dieses Jahr. Das stellen wir erst zur CMT vor. Nachdem wir auf dem Caravansalon letztes Jahr den Puls vorgestellt haben, nun der Globeline. Das erste oder wieder ein neuer Mercedes mit einem Detlefs D drauf. Genau. Es ist ein 7 Meter Fahrzeug mit Einzelbetten im Heck, einem seitlichen Bad und all den Vorzügen, die dieses Mercedes Chassis hergibt. Wir gehen auf den Heckantrieb. Tatsächlich auch eine Neuheit in diesem Fahrzeugsegment. Und wir bieten alle Assistenzsysteme an, die das Mercedes Chassis ganz neu hergibt. Ich filme absichtlich gerne diese Pop-Ups. Dann können die Leute aufs Standbild gehen und können wir mal in Ruhe gucken, bevor wir dann ins Fahrzeug reingehen. Also hier, das ist wirklich was Tolles. Der Sprinter setzt sich immer mehr durch. Definitiv, ja. Ja. Ist auch Zeit geworden. Ist so. Wir haben dort die Euronorm. Euro 6 Dora. Richtig. Genau. Ganz wichtig zu erwähnen, auch mit AdBlue an Bord. Also zukunftsorientiert, zeitgemäß. Schluss mit der Diesel-Debatte über diesen Fahrzeug. Genau. Ganz richtig. So schaut es aus. Schönes Face, wie man so schön sagt. Ja. Der hat nicht ein Facelift bekommen, sondern es ist alles neu geschaffen worden. Es ist komplett neu. Der Sprinter ist von A bis Z neu konstruiert worden. Absolut. Sonst wären auch die ganzen Assistenten gar nicht möglich. Ja. Wir haben serienmäßig zum Beispiel schon den Seitenwindassistenten drin, der das Fahrzeug wirklich sehr spurstabil hält. Und gerade auch, wenn man es auf der Autobahn kennt, auf der linken Spur, will man mal einen LKW überholen. Das Lenkrad bleibt wirklich sehr, sehr gerade und man muss kaum dagegen halten als Fahrer. Was bei Wohnmobilen mit dem größeren Aufbau natürlich auch ein richtiger Sicherheitsvorteil ist. Definitiv. Die Schrankwand kann man nicht wegreden. Genau. Ein Fahrsicherheitssystem. Wo andere noch rudern wie wahnsinnig bei 6 Windstärken, dann läuft es mit dem richtig schön in die Spur. Er warnt natürlich auch vor den Seitenstreifen, Abweichungen und wie man alles nennt. Genau. Das kennt er alles. Ein schöner Wagen. Jetzt gehen wir mal in die Totale, dass wir den mal so in seiner ganzen Pracht abfilmen. Weil da bin ich auch wieder kritisiert worden, dass ich zu sehr ins Detail gehe. Und jetzt haben wir einmal komplett im Bild und dann komme ich mit der Kamera wieder näher zum Calvin. Der Wagen ist ein Teilintegrierter, wie jeder unschwer erkennen kann. Ja. Dass ich ein bisschen auskenne. Was sind jetzt so, ich bin immer gespannt auf innen. Wie liegen wir da gewichtstechnisch? Das ist ein Auto perfekt für zwei von der Zulatung her. Können wir den noch mit dreieinhalb Tonnen fahren zu zweit? Zu zweit mit dreieinhalb Tonnen ist sicherlich gut möglich. Wir haben die Möglichkeit, für einen Teilintegrierten relativ untypisch, kommt aber immer öfters, ein Hubbett reinzubauen für noch eine weitere Person. Okay. Das sehen wir auch im Innenraum, wenn wir mal reingehen oder zur Tür schreiten. Ich schwenke mal mit. Da müssen wir natürlich genau schauen, wie viel wir dann tatsächlich in das Fahrzeug reinpacken und ob wir das mit dreieinhalb Tonnen schaffen. Ja, ja, ganz klar. Das ist immer ausstattungsspezifisch. Genau. Ich denke mal 3,2 Tonnen werden wir jetzt hier vorbereite Masse auf die Räder bringen, oder? Also wir haben seriemäßig, das sehen wir hier. Wir sehen es auch alle schön, so wie es gehört. 2970 Kilo. Wow. Plus Extras. Das ist ohne Extras so. Genau. Und jetzt würden die Extras oben drauf kommen. Richtig. Dann liege ich ja schon mal gar nicht so schlecht zwischen 3.1 und 3.2 je nach Ausstattung. Marquise hier noch drauf und Solarzeltchen und Schüsselchen. Was man nicht alles möchte. Bei Schüsselchen bin ich jetzt so mittlerweile, weil ich sehr oft gefragt werde als Camper Tobi, was würdest du verbauen? Und ich empfehle aber auch oft schon den Gedanken an Streaming und das ganze Digitale zu verwenden. Die neuen WLAN-Fernseher, die Smart-TVs, die kommen immer mehr. Da wo ihr Händenetz habt, könnt ihr natürlich auch ohne eine Schüssel am Dach teilweise schon schön streamen. Genau. Außer ihr seid natürlich Dauerfernseher, dann empfiehlt sich vielleicht die Schüssel noch. Aber die werden aussterben, das hat mir sogar bei Alphatronics schon niemand mitgeteilt. Es ist so, in ein paar Jahren sind die Schüssel weg vom Dach. Wenn die Datenvolumina günstiger werden, dann kann ich mit meinem Handy streamen. Da sind wir gut dabei. Riesengarage. 1,20 Meter hoch die Tür. Was ich super finde bei euch, da sollten sich einige Hersteller eine Scheibe abschneiden. Ihr habt es gleich hier reingeklebt. Ja, da kommen die Besucher, ich kann es immer beobachten, machen ein Foto und zack. Wie viele Leute rufen bei so und so vielen Händlern an und sagen, kannst du mal schnell auf den Platz rauslaufen und die Garage ausmessen. Das muss auch sofort zu erfassen werden. Ja. Ganz super. Ganz wichtiger Punkt hier. Ja. Hier haben wir einen beheizten Abwassertank oder ist das die Abwassertank-Entleerung? Das ist die Abwassertank-Entleerung. Ja. Aber es ist auch beheizt und isoliert. Das beantwortet sich jetzt in einem. Aber es ist praktisch. Man hat nicht mehr die Schmutzfinger da ständig unter dem Auto rumschrauben, du drückst eine Taste. So gehört sich das. Nicht mehr bücken und gucken und machen und tun. Steckdose selbstverständlich, beheizt ist selbstverständlich. Versorgung hinten, alles zugänglich inklusive Ablass, Hahn. Den seht ihr da hinten, das ist der kleine schwarz. Ich ergänze ab und zu. Ich will euch nicht ins Wort fallen, aber ich weiß noch was die Leute suchen. Und einen schönen Puppe hat er auch. Sehr verträglich. Ihr habt auch den Mercedes Stern hinten nochmal drauf, finde ich gut. Ja, man muss ja... Das ist so. Ja. Man soll hinten sehen, was man vorne fährt. Ja. Kann man ja auch stolz drauf sein. Richtig. So sieht es aus. Anhängerkupplung, der ist eh schon ganz gut ausgestattet. Genau. Rückfahrkameras dran. Sehr cool. Jetzt haben wir noch Besuch im Fahrzeug. Aber wir können ja auch in den anderen gehen momentan. Wir gehen dann am Schluss nochmal rein. Also ich glaube, dass die Zuschauer so ungezwungen umgehen müssen, mit meinen Videos. Wir gehen jetzt... Wir wollen natürlich die Herrschaften auch nicht stören in den Autos. Es geht jetzt natürlich vorrangig mal um die Besucher am Stand. Wir gehen in der Zwischenzeit in den Puls oder sagt man Pools? Puls sagen wir. Ihr sagt Puls, oder? Ja. Aus dem Allgäu. Aus dem Allgäu. Im Allgäu sagt man Puls. Das ist super. Ich könnte einschwenken. Jetzt verjage ich alle mal ganz kurz noch auf die Vielfalt eurer Modelle machen. Dann kann man da auch nochmal stehen drauf. Ihr könnt das natürlich auch über die schöne Homepage von Dettlers nochmal anschauen. Da ist alles toll aufgeführt. Aber hier seht ihr nochmal. Und ihr habt hier jede Menge. Wie viele Modelle sind das? Ich könnte jetzt auch alle zählen, aber das ist schon ordentlich, was wir im Programm haben. Es sind um die 70. Wenn man es alles zusammenzählt. Weil wir vertreten die Philosophie, dass wir die allermeisten Fahrzeuge, die wir teilintegriert bauen, auch als integrierten bauen und andersrum. Es gibt nur sehr, sehr wenige Ausnahmen, wo wir das nicht so umsetzen. Okay. Wir gehen jetzt dann rein in den Puls. Der ist hier alles, was rot markiert ist. Seht ihr hier auch auf dem Messestand. Habe ich gerade abgelesen nebenbei. Und jetzt drehen wir uns um und gehen da mal rein. Der ist natürlich jetzt noch auf dem Fiat Ducato aufgebaut. Ja, genau. Ich meine, das ist natürlich ein Kostenfaktor. Muss man ganz klar mal sagen. Ganz klar. Und als wir den Puls konzipiert haben, war der neue Mercedes auch noch gar nicht erhältlich. Ja. Also das muss man auch so sehen. Der läuft schon länger als Puls. Oder ist das so neu zum Caravan Salon gekommen oder jetzt ganz neu zur CMT? Der Puls ist ganz neu zum Caravan Salon gekommen. Leider dort keine Zeit und auch noch keinen Draht zu Detlefs gehabt. Aber wie gesagt, das trifft sich alles in Stuttgart. Von dem her sind wir da gut dabei. Dann passt das ja ganz genau. Besser spät als nie, oder? Ja, eben. Besser spät als nie. Was ist deine Funktion bei Detlefs, wenn ich fragen darf? Ich bin Produktmanager. Ich habe es mir gedacht. Ja, der Mann kennt sich aus hier. Halleluja. Das ist toll. Das ist der T7051 DBM. Genau. Als GT Black Edition. Das ist cool. Also ich stehe auf das. Mit dem schwarzen Fahrerhaus. Das ist edel. Ist so ein bisschen sportiv. Das ist so dieses Gran Turismo. Das angenehme Reisen irgendwo, das wir da wieder spiegeln wollen. Und da sind dann viele Komfort-Features einfach schon mit dabei. Da muss der Kunde sich gar keine Gedanken mehr machen. Gehen wir doch da gleich nochmal drüber. Dann seht ihr auch die ganzen Features mit dem langsamen Arm runterschwenken. Und wie gesagt, in HD schönes Standbild drücken. Und dann habt ihr alle Infos drin. Gibt natürlich äußerst attraktive Finanzierungskonditionen. Und alles was so dazugehört auf einer Messe. Und ich bin ein Fan dieser bewegten Lichter geworden. Die schauen in der Kamera immer so cool aus. Alles neu bei Detleys. Oder vieles neu. Vieles neu. So muss das sein. Ich meine, der Markt bleibt ja nicht stehen. Hier haben wir eine Garage mit einem höhenverstellbaren Bett. Sieht mich das so richtig an? Genau. Beim Pult sind alle mittigen Doppelbetten, die wir im Schlafzimmer haben, immer höhenverstellbar manuell. Da sprechen wir über ein Delta von 30 cm in der Höhe. Und man bekommt serienmäßig immer die hohe Garagenklappe. Das heißt, da muss man sich gar keine Gedanken machen. Und wenn man das Bett hochschraubt, hat man 1,15 Meter Durchgangshöhe in der Garage. Das reicht völlig. Und endlich mal ein Hersteller, der eine ordentliche Beleuchtung in der Heckgarage hat. Manchmal sind das solche Funseln, da ist es besser, du schaltest die Händelampe ein. Ist so. Was ihr habt, und ich frage extra immer so dazwischen, weil ich weiß, was mich erwartet, und Zuschauer fragen, was hat das für einen Sinn? Ist das ein optischer Sinn, dass man das einfach ein bisschen unterscheidet? Ich glaube, das hat auch mit dem sportiven Charakter zu tun, dass er einfach nicht die schräge oder die ganz glatte senkrechte Heckwand hat. Genau. Es hat tatsächlich einen sehr großen Designanspruch, dass man einfach sagt, das Fahrzeug sieht nicht mehr so wuchtig aus. Es sieht jetzt ein bisschen gedrungen aus, obwohl wir hier immer noch über 7,5 Meter sprechen kann. Und es sieht einfach nicht so aus wie diese Schrankwand, die man gerne so beschreibt. Richtig. Absolut. Und da bietet sowieso so ein kleines Gimmick eben sehr viele Vorteile. Ja. Ich laufe mal auf die andere Seite. Ich glaube, da kann ich die Flucht besser erfassen. Ich komme auch gleich wieder zurück. Ein eigenständiges Heckdesign, vollkommen klar. Also hier seht ihr das nochmal. Natürlich hat es auch den Vorteil, dass das Wasser dann auch besser abläuft. Genau. Es tropft gar nicht mehr runter, sondern es läuft ganz locker die Wand hinab. Ich hatte mal einen Wagen vor kurzem. Da stand ich dann im Regen. Getestet, gemacht. Ich sage, auch da keine Hersteller. Und da hast du dann danach genau an meinem Ohr, wo ich geschlafen habe, drin. Dann lief der Regen noch nach. Der Regen hat schon gestoppt. Und ich habe nichts gegen Regen und Schnee. Das ist ja das Feeling beim Camping, wenn das außen an dein Auto klopft. Aber dann kam es. Blub. Blub, blub. In einer Lautstrecke wie wir die ganze Nacht jemand ans Auto klopft. Ja, also das ist auch eine Sache, die man überlegen sollte. Wie läuft dann dieser Umwelteinfluss weg, den ich den ganzen Tag habe. Eine riesen Klappe auch auf der linken Seite sehe ich. Die ist ziemlich identisch. Exakt gleich groß, ja. Genau. Wow. Wichtig. Ich habe es vorhin gesagt bei einem anderen Hersteller. Kauft euch, wenn ihr die Möglichkeit habt, zwei Fahrzeuge mit zwei Garagentüren. Zwei und serienmäßig dabei. Serienmäßig dabei. Ich treffe sie aber hier voll. Das ist ja der Hammer. Also gehen wir mal rein, oder? Gerne, ja. Jetzt machen wir aber wirklich erst den Puls fertig. Und dann machen wir den mal fertig. Hört sich auch gut an. Und dann gehen wir in den anderen rein. Hier ist komplett Paket. Wie ich sehe, da ist schon einiges an Ausstattung drauf und drin. Der ist schon ziemlich voll. Schüssel, Markise, die gute Thule Omnistore. Und ich bin mal so frei. Gehört sich nochmal nicht. Aber ich gehe zuerst rein, weil das ist für mich der Augenblick, wo man erfasst, um was es geht. Dann mal hochschwenken, reinschwenken. Ui, der Boden, der ist sehr anwenderfreundlich. Da siehst du nicht gleich jedes Vorzellchen. Absolut und vor allem stufenlos. Ja. Seht ihr? Das ist toll. Das ist so eine Stein-Beton-Optik, oder? Genau, ja. Um die Richtung geht das. So ein Natur-Steinton ist ganz moderner Moment. Gibt es auch viel im Wohnzimmer und es korrespondiert mit dem Design vom Dach-Baldachin. Auch, ja. Es ist auch so eine Linie dadurch. Genau. Schön gemacht. Ich bin mal so. Vorher setze ich mich mal ganz gemütlich hin. Dann kann ich nämlich die Kamera am besten führen. Dann abgeflachte Oberschränke nach unten hängend. Oben viel Platz zum reinlegen und es steht nichts dagegen drum. Ganz genau. Also das Volumen ist genau gleich wie bei allen anderen Fahrzeugen. Ungefähr natürlich. Und wenn man in der Sitzgruppe sitzt, ganz wichtig, dann kommt es einem nicht so vor, als würde etwas über einem stehen. Richtig. Wenn man mal eine Stunde sitzt oder zwei, dann merkt man, dass es einfach offener und freundlicher ist. Kommt sich so ein bisschen eingezwickter vor. Schöne Lösung auch mit dem Fernseher. Habt ihr einen Karatec hängen, den klappe ich dann einfach nur rum. Genau. Nach rechts 45 Grad. So haben wir eben die Möglichkeit, jetzt auch ein 32-Zoll-Gerät unterzubringen. Früher war es immer. Oder dieser hier ist jetzt ein 22-Zoll. Ja. Dann ist es natürlich etwas geschlossener, aber man hat den großen Fernseher an Bord. Mein lieber Schieber. Also meine Zeit bei Detlefs, ich habe es ja gerade, wir haben einen Kaffee getrunken zusammen erzählt, die ist jetzt schon fast 20 Jahre her. Aber da merkt man erstmal gar, was sich alles getan hat. Mein Gott, die Zeit bleibt nirgendwo stehen. Der Fortschritt ist eingeläutet, aber das ist schon mittlerweile ganz was anderes. Klar, es ist überall die Modernisierung der Fahrzeugtypen, die Geschmacksanpassung auf die Neuzeit. Aber Kompliment, das ist ein schönes Fahrzeug. Toll. Ich gehe nochmal auf den Tisch hin. Also, ihr seht auch, da hat man das wieder vom Boden ein bisschen übernommen. Genau, ein bisschen heller, aber man sieht, dass die Farbkomposition stimmig ist. Toll. Auch mit dem Holz und nicht alles nicht zu holzlastig, sondern immer diese Akzente gesetzt. Den großen Kühlschrank mache ich mittlerweile nicht mehr auf. Den habe ich Ihnen in ungefähr 500 Fahrzeugen schon vorgestellt. Ich gehe mal über deine Köpfe. Ich filme die auch nicht an. Das machen wir eben nicht. Wir zeigen hier mal die ganze Bordelektroniksteuerung von Detlefs. Auch ein ganz eigener Stil. Und ich finde das toll, wenn man seinem Stil trotzdem treu bleibt. So, dann gehe ich mal in die große Küche. Da muss man eigentlich gar nicht mehr viel sagen. Ich glaube, das geht aus den Bildern super hervor. Steckdosen genug, sehe ich auf den ersten Blick. Auch sinnvoll angebrachte Schalter. Ich kann hier direkt in der Küche schalten. Wenn ich ins Bett gehe, schalte ich hier die Front aus und dann gehe ich nach hinten. Haushaltslogik sagt man dazu. Genau, wir haben in diesem Fahrzeug ganz neu gemacht, haben wir die Lichtkomposition einmal überarbeitet. Wir haben ja schon früher, und das kennt man ja auch vom Markt, dass ganz viele indirekte Beleuchtungen verbaut werden. Die immer gerne mal so ein Balldach hinterleuchten und hier mal hinter den Dachschränken. Wir haben uns tatsächlich mal mit einer Lichtdesignerin zusammengefasst. Ganz wichtig. Wie macht man das eigentlich richtig? Ganz wichtig. Und dann hat sie uns erklärt, dass es eigentlich vier Lichtebenen gibt. Okay. Es gibt die funktionale Ebene. Jetzt wird spannend für mich auch. Das ist ganz einfach das Funktionslicht, was man braucht zum Kochen, zum Lesen, zum Putzen. Genau, das sind die ganzen Spots, die wir hier so haben. Die sind in jedem Fahrzeug serienmäßig drin. Ist gar kein Thema. Und dann wurde es spannend auch für uns, weil dann gab es diese drei Ebenen, die das Auge braucht, um sich einzuordnen in einem Raum. Weil ich meine, das ist ganz logisch, wenn ich jetzt aus einem hellen Raum komme und in einen dunklen Raum reingehe, dann muss ich das Auge daran gewöhnen. Genau so ist es. Bis ich dann was sehe, das kennen wir alle. Und diese Lichtebenen sorgen eben dafür, dass ich mit wenig Lichteinsatz diese Orientierung für das Auge herstelle. Und so gibt es eine Dachebene, eine Deckenebene, die wir hier mit diesem Balldachin darstellen. Es gibt eine Wandebene, wo eben Gardinen und Wände so ein bisschen beleuchtet werden. Und es gibt aber auch die Bodenebene, die ganzen Sitzsockel hier unten beleuchtet. Ja, das sehe ich jetzt auch zum ersten Mal in der Form, dass man wirklich bis in die Dinette reingeht. Genau. Und eben auch durch die Küche und ums Bett rum hinten. Dadurch schwebt das Ganze auch so ein bisschen. Das macht das Ganze sehr, sehr luftig. Es ist im Grunde die ideale Dachbeleuchtung, äh, Nachtbeleuchtung, sorry. Nachtbeleuchtung, genau. Das wollte ich sagen. Ach, das geht mir den ganzen Tag so. Und, ähm, so weckt man den Partner nicht. Aber man sieht immer, wo die Kanten sind, die der kleine Zeh nicht unbedingt treffen möchte. Ja, eben, genau. Und das ist das ganz Wichtige. Und alles ist eben ganz bequem gesteuert aus der Küche, sodass man sich da abends die richtige Lichtstimmung zusammenstellen kann. Super cool. Auch am Eingang, ihr seht, das ist bis ins Detail alles. Bring dich nie drauf. Alles gut. Wunderbar. Wie gesagt, das geht ja nur ums Produkt. Ihr habt ganz, ganz viele Dosen. Das ist schon mal ganz wichtig. Das ist für viele Leute so ein Knockout-Kriterium. Wenn ich im Schlafzimmer schon keine Steckdose finde, dann gehe ich einfach aus dem Auto wieder raus. Das wäre für mich genauso. Das brauche ich. In der heutigen Zeit, das Handy muss geladen werden, etc. Ah, das ist wirklich hübsch, mein lieber Schieber. Ihr macht ja so schöne Werksführungen. Dann muss ich doch mal nach Isni wiederkommen, oder? Ja, jeden Donnerstag. Außer es sind Feiertage oder so. Das ist mal ein interessanter Ausbau einer Schlafkeminate im Queensbett-Grundriss. Habt ihr ordentlich breit, 1,60 m? 1,60 m breit, genau. Wie lang? 1,90 m. Aber durch den Keil da hinten, wie ich gerade sehe, auch mal durchaus zu verlängern, wenn man den hinten reinzwickt, dann kann das Matratze ein bisschen vorrutschen für die Langen wie mich. Absolut. Also keine Angst vor Queensbetten. Die kann man lang genug machen, sodass die Haxen nicht runterhängen auf gut bayerisch. Genau. Da muss man erstmal schauen, ob da irgendwo noch der Keil liegt. Hallo, hallo, hallo. Ich schau mal erstmal, ob da einer im Bett liegt. Also hier seht ihr auch, die Ecken sind nicht so rund. Sie sind natürlich rund, aber man hat trotzdem die Beinlänge noch organisiert bei 1,60 m breite. Das ist schön gemacht. Auch den Blick auf die freistehende Dusche auf der linken Seite. Freistehend ist sie jetzt in dem Sinne nicht, aber sehr locker angelegt. Jetzt nicht in irgendeiner Form über den Radkasten gezwickt, sondern frei zugänglich. Darf ich mal auf so einen Schränkle aufmachen? So, da ist ordentlich Platz zum reinhängen für alles. Das ist ja die komplette Roomtour. Wir wollten noch einen Teaser machen. Wie cool. Super. Freut mich. Natürlich könnte man jetzt auch, wenn man Licht design-technisch noch unterwegs ist, gleich noch die echte Emotion zeigen. Wir machen mal das Hallenlicht bzw. die zusätzlichen Lichter aus und dann seht ihr, dass das eine ganz kuschelige Ecke wird. Aber für die Messe ist es obligatorisch, dass man nochmal zusätzlich da reinhängt. Dann schleifen wir die Sonne gerne ein. Da ist die Sonne, die durchscheint, richtig. So, jetzt gehen wir durch. Selbstverständlich ist, dass ihr hier in Profilen Türen habt, wo ihr dann den Dusch- und den Badbereich als Ganzes herstellen könnt. Genau. Und eben mit der Toilettenraumtür kriegen wir dann auch hier die Schließung hin zur Küche hin und haben das Raumbad für sich gestellt. Auch wichtige Sache zum Heizen in der Übergangszeit. Man muss nicht immer ein Schlafzimmer mit heizen, sondern nur den vorderen Raum. Genau. Heißt Gasverbrauch. Wir haben die Heizung auch in der Sitzgruppe untergebracht. Das bedeutet, ich habe nicht die warme Heizung unter dem Bett. Ja. Was ganz wichtig ist, sondern ich habe das, da wo es warm sein muss, das ist wirklich in der Sitzgruppe. Genau. Und im Bett habe ich dann ein paar Grad weniger. Ja. Und das ist automatisch dieses Zwei-Zonen-Heizen. Meistens regelt man das nur mit der Strang-Sperre zusätzlich, dann kann ich hinten eigentlich komplett wegschalten. Aber das ist je nachdem, wo die Heizung verbaut ist. In dem Fall sagst du vorne, dann brauche ich es nicht. Genau, in dem Fall regelt es sich von alleine. Genau, da regelt es sich von alleine. Ich bin mir so frei, ich möchte nicht loswerden. Aber ich mache mal zu, um nur kurz den Charakter vom Bad einzufangen. Ihr seht, also wirklich ein schönes, großes Bad. Ich könnte hier auch problemlos auf die Toilette gehen mit meinen langen Beinen. Das ist ja immer hier so. Auch die Schränke, die Spiegel. Okay. Super. Cool. Ein sehr, sehr schöner Eindruck. So, dann gehen wir zum nächsten. Genau. Ein kurzer Teaser, dann lassen wir die Herrschaften wieder herein. Vielen Dank erst einmal. Und jetzt gehen wir in das Auto. Dankeschön. Jetzt gehen wir in den Globeline, den wir vorhin schon angeteasert haben. Ich spiele mir mal wieder mit dem Licht rum. Und Garage hatten wir schon. Wir haben vorhin kurz hier gestoppt, weil noch Interessenten den Vortritt hatten. Und jetzt gehen wir mal in dieses wunderschöne Auto zur Auffrischung nochmal vor. Das ist der auf dem neuen Sprinter. Und da steht es auch nochmal drauf. Jetzt gehen wir hineintauchen. Wie breit ist der? Das Fahrzeug ist 2,33 Meter breit. 2,33 Meter. Der war auch 2,33 Meter. Also ihr baut auch einen Schlanken mit? Wir bauen auch einen, der heißt bei uns Globobus, nicht Globeline. Stimmt, das war der Globbus. Und der ist 2,20 Meter breit. Genau. Den gibt es ja auch schon länger, das Globbus-Format. Genau. Das hat sich vor Jahren schon etabliert. Das kenne ich genau. Aber heute geht es um die Neuheiten. Deswegen gehen wir jetzt auch der gleiche Boden, stelle ich gleich wieder fest. Jetzt in den Sprinter. Wie gesagt, Basispaket Sprinter. Machen wir nochmal in Ruhe. Da werden wir demnächst auch mit Mercedes in München was machen. Den werden wir mal zwei Tage holen. Sprinter ohne aufbauen. Einfach mal die Assistenzsysteme eingehen und so weiter. Sobald wir Zeit haben, machen wir dann mal einen ordentlichen Praxistest. Ja. Macht einen nobeln Eindruck. Schön. Einzelbetten-Version? Genau, das ist die Einzelbetten-Version. Mit der schlanken Seitenküche, für die die jetzt nicht allzu viel kochen. Wobei es auch funktioniert. Genau. Ich kann es noch erweitern hier mit dieser Arbeitsplatten-Erweiterung. Ja. Und ich habe eben, es ist ein Fahrzeug, das nur sieben Meter lang ist. Also es ist wirklich kompakt. Das muss man bedenken. Es ist kurz, es ist wendig. Es passt zum Fahrgestell irgendwo. Und ich habe den Hinterrad-Antrieb, der das ganze Fahrzeug natürlich besser aus Schlamm und Dreck bringt. Absolut. Den gibt es auch ohne Hubbett? Den gibt es auch ohne Hubbett, genau. Okay. Wahnsinn, wenn ich mal länger als eine Minute die Klappe halte, dann klatschen die da draußen schon alle. Wobei ich gestern ein Video mit Alan Heath gemacht habe. Ich weiß nicht, ob ihr den kennt. Ein ganz großer YouTuber auf dem europäischen Markt. Dem habe ich meine Kamera in die Hand gedrückt und habe einen Heimer abgefilmt. Und ich musste nichts mehr sagen, weil der redet noch mehr als ich. Okay. War lustig. Jetzt gehen wir mal dahinter. Ah, erstmal ins Bad. Also ich glaube zur Küche müssen wir jetzt nicht viel sagen. Die beeindruckt allein durch die Bilder. Genau, wir bieten allerdings die Option, dass man die Küche ohne den großen Kühlschrank und ohne den dahinterliegenden kleinen Schrank bestellt. Ah. Das bedeutet wir haben einen kleineren Kühlschrank im Unterschrank drin. Okay. Haben aber dafür eine durchgängige Arbeitsplatte bis zum Bett. Das ist schlau. Und damit eine ganz, ganz offene Sichtachse am Fahrzeug. Das heißt für die Leute die sagen, zu zweit brauche ich nicht mehr als 90 Liter im Kühlschrank und der Kleiderschrank reicht mir unter dem Bett. Ja. Die haben dann ein super offenes Fahrzeug auf sieben Metern. Das ist richtig schlau gemacht. Warum denn nicht? Das ist dann quasi modular bestückbar nach Kundenwunsch. Genau. Den kennen wir. Der gute. Dann haben wir einen schönen Backofen. Bringe ich wieder mal die Geschichte an. Ich habe früher immer so ein bisschen belächelt. Backofen im Wohnmobil. Wer braucht das denn? Jetzt habe ich das erste Auto mit Backofen und liebe dieses Ding. Das ist einfach eine coole Sache. Okay. Und wenn es nur für die Brötchen ist. Und wenn es nur für die Brötchen ist. Ja. Heute Abend kommt der Fisch rein. Lecker. Und die funktionieren auch richtig cool. Der Gasverbrauch ist auch nicht überschaubar. Ich habe mir gedacht, die ziehen durch ohne Ende, aber... Das ist ja ein kleiner Raum, der er jetzt lösen muss. Eben. Richtig. Also das reicht für zwei Personen im vollen Glanz aus. Was ist denn das? Der Tedford. Feines Ding. So. Wie lange haben wir denn da die Betten? Wir haben wieder eine Weibchen- und eine Männchenseite. Das ist aber obligatorisch gewesen. Man muss jeden Zentimeter nutzen. Aber da sind wir ja auch locker auf 1,95 hier auf der Männchenseite schätze ich mal. Ja genau. Das sind genau 1,95 auf der anderen Seite 1,85. Ja, man kriegt dann schon langsam ein Auge. Das ist praktisch. Da haben wir gleich eine Klappe offen. Genauso wie meine, die meistens offen ist. Machen wir auch nochmal zu, damit ihr nochmal den Eindruck komplett seht. Oh ja. Seht ihr? Gut, dass wir es gemacht haben. Natürlich auch Soft-Close in der Klasse, in der Liga, in der wir sind. Selbstverständlich. Wie du sagst. Wir haben einen Boden auf der Stufe, auf der ich stehe, noch eine Klappe drin. Da kann man nur Staurollen benutzen. Genau. Wir können am Bett noch die Matratze rausziehen, um das in der Mitte zu verbinden. Beide Betten logischerweise. Die berühmte Spielwiesen-Funktion. Genau. Für Begemmen und Poker und Schach und was man halt alles so spielt im Bett. Genau. So ist es halt mal. Seht ihr? Da, Schrank unten drunter. Auch Standard. Da müssen wir jetzt nicht groß was aufmachen und zumachen. Genau. Das gehört mit dazu. Jetzt gehen wir noch ins Bad, weil wir haben noch eine Überraschung anschließend. Dann kommt der Caravan-Spezialist zum Zug. Und da mache ich dann aber auch einen Cut und wir machen dann einmal Reisemobil-Neuheiten, einmal Caravan-Neuheiten, weil wir haben 23 Minuten. Und ich sage immer, ab 20 oder 30, je nach Tageslaune, kostet es dann Geld. Nein, Quatsch. Das ist immer das Gleiche. Damit betone ich, dass das hier kein Geld kostet und ich auch nichts nehme. Außer vielleicht beim Kaffee und der Cola. Also das ist bei vielen so, der kommt und filmt. Kostet das was? Nein, das kostet nichts. Was ich möchte, ist Firmen verbinden mit Menschen und dass jeder draußen das richtige Auto findet. Genau. Das ist wirklich der Beweggrund und dafür ist YouTube perfekt, dass man den zu Hause gebliebenen auf der Messe ein bisschen was nach Hause bringen kann. So. Ja. Brauchen wir nicht recht viel sagen. Da passt der große Camperdobby noch problemlos rein zum Duschen. Die Toilette ist groß genug für die langen Haxen. Da kann auch der etwas robustere oder korpulentere Mensch problemlos sitzen. Habt ihr schön gemacht. Genau. Der Vorteil von diesem Bad ist, wie wir es hier haben, es ist zwar ein seitliches Bad, aber ich muss das Waschbecken nicht wegkippen, um zu duschen. Ja. Sondern die Dusche ist dennoch separat im gleichen Raum. Toll. Klasse. Vielen Dank an diese schöne Führung. Sehr gerne. Du lebst es auch richtig. Das hört man. Du kennst dich aus. Wie lange machst du das schon bei Detlefs? Bei Detlefs seit fünf Jahren. Seit fünf Jahren. Aber mein Leben lang kennt man das. Ja, ja, eben. Genau. Das merkt man uns halt schon an, wenn wir reden über solche Themen. Das kommt halt durch die Gene. Von der Familie her so. Ich mache das auch alles wieder einigermaßen ordentlich. Ja. So. Soll nicht heißen, ich kann kein Bett machen. Na gut. Das war jetzt auch nicht besonders toll. Also. Machen wir mal einen Break bei Detlefs. Ein Freund der Familie. Und wieder auf den grünen Teppich hinaus. Und gleich gibt es die nächsten Neuheiten. Danke recht schön. Aus der Halle. Eins. Am Detlefsstand. Ein Freund der Familie. Übrigens Kompliment. Ich bin Profischleimer, sage ich immer. Der Stand ist mega cool gemacht. Erstens riesengroß und zweitens schön. Ihr habt überall das Holz aufgenommen. Das Allgäu wird überall wieder gespiegelt. Man hat rundum ein mega Panorama. Ja. Das ist mir gleich aufgefallen am Aufbautag. Also. Es sieht gleich jeder wo er ist. Als Freund der Familie. Servus. Bis bald. Aus der Halle 1. Jetzt gibt es die Caravans von Detlefs. Servus. Der Camper Tobi. Tschüss. Tschüss.